oh hallo liebe freunde willkommen zu einem game elevated dread ich weiß nicht genau worum es da geht ich weiß dass sieben minuten geht wo wir von einem freund empfohlen ich hatte gerade eben schon eine aufnahme mit einer softbox die war aber ein bisschen sehr hell ich habe gelitten egal war beim friseur auch schon ja es sieht genauso aus vorher ich weiß egal sieht man das let's go i just need to put the remaining flyers on every apartment store ich muss an jeder apartment für einen flyer hängen store ist lockt äußerst nett von dem herrn guck mal das ist der moment den machst du gerade kaputt kannst du bitte einfach kannst du jetzt einfach irgendwie aufhören das sieht sehr vertrauenserweckend aus ich mag den ort kann die tür wieder aufgemacht werden ich habe angst an einem dunklen mann guck mir doch mal nach in diesen spinnen die ich nicht öffnen kann und nein und nein das ist jetzt nicht sowas sein ne fahrstuhl naja geht es noch weiter in der etage man jetzt mal ganz die ganze etage zu ende und danach kann ich mache sie doch nicht zu ende alles gut ja ich würde gerne nummer zwei gehen oh mein gott war scheiße gemacht holy shit war das ein low budget jumpscare holy ich habe ich hasse mein leben warum kann ich mich hier drin verstecken kein random monster was kann nun denn da mal weiter nein nein gehen ich gehen ich werde nun weiterhin die flyer an den türen verteilen etage zwei weil der kommt der komfort oder holt schickt du sprint ich weiß nicht in game info haben will das sprinten kann bis jetzt so ich hasse diese scheiße so unendlich ich bin nicht allein zu hause meine mutter ist nicht im urlaub es ist nicht fast es ist halb zwei meine lehrer haben gesagt miri mach was aus dir jetzt häng ich flyer auf und machen youtube fix lights warum mache ich das warum hat das nicht der hauswart ja nee ich mache hier einen flyer dann tut mir leid danke ich will da gar nicht wieder nein ich will da gar nicht reingucken ich habe darauf keine lust vier stockwerke nur noch hey hier spielt jemand trompete let's go das finde ich sympathisch ah nee hier singt jemand diese 5 euro 70 die ich pro stunde kriege ist gut sind gut ich finde das so cool dass ich gleich zum nächsten stockwerk fahre und weggehe okay also in welcher welt man das in sieben minuten durchspielen soll weiß ich auch nicht warum ist ein bett kopf über kann das kind aber nicht gut drin schlafen mich anmerken es wird halt immer mehr kurs so ein bisschen hey noch zwei stockwerke nun kann nichts mehr schief gehen so ich muss hier einen flyer befestigen wenn es okay ist ihr wisst gerade nicht wie krass meine beine schwitzen und das tun sie nur nicht angst da ging es zurück zu meinem aufzug ach gott wie ich den job mag aber guck mal ich mache meinen job sehr ordentlich mein chef wird mich vielleicht sogar befördern zu dem typen der drucken kann warum muss ich immer so spät aufnehmen ich kann gar nicht mehr reden hier sind keine türen es sieht bis jetzt am geilsten aus irgendwo jetzt war ich nach hause wie lange darf ich jetzt hier laufen für immer cool katie nein wir waren beste ernsthaft oh mein gott oh mein gott holy shit hey das war elevated dread oder wie auch immer die scheiße aussprachen wird ich hoffe es hat euch gefallen es war die hölle für mich oh mein gott nie nie wieder nie wieder holy shit schreibt mir gerne games die ich mir für euch spielen soll in die kommentare unter anderem auch so eine games sind mal ganz cool ja ansonsten liken abonnieren blog aktivieren man sieht sich beim nächsten video haut rein leute ciao ciao und